Musik In der schönen Stadt Dombien bin ich zu Hause, bin gebürtige Prägenserwälderin, heiße Eva und wurde 1995 zur Mrs. Austria gekürt. Ich liebe Sprachen, arbeite in einem internationalen Konzern in Luszenau und meine Hobbys sind Kosmetik, Wandern, Brot backen und es sich gut gehen lassen. Ich grüße alle meine Freunde auf der ganzen Welt. Tschüss!